Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich bin Moses und ich erkläre euch heute, was es mit diesem Infovideo auf sich hat. Und zwar startet ab morgen Nukis Pokémon Liga, die NPL. Die Teilnehmer werdet ihr alle unten in der Beschreibung finden. Und ich wollte einfach mal die Regeln ein bisschen kurz vorstellen und mein Team für diese Liga präsentieren. Zu den Regeln, es gibt ein 12er Pokémon Kader, wodurch vier Pokémon aus dem OU sein dürfen und der Rest muss aus dem Juju oder darunter sein. Es muss ein Mega Pokémon vorhanden sein, welches in dem Kampf auch immer den Megastein tragen muss. Gespielt wird nach Smogon Rules und einer Item Clause. Das soll es aber erstmal mit den Regeln gewesen sein. Die genaue Regelerklärung findet ihr auch unten in der Videobeschreibung drin zu Celos Let's Play. Der hat das ausführlich in dem Video erklärt. Da könnt ihr dann alles nachlesen. Okay, zu meinem Team. Ich habe mich entschieden, den ersten Spieltag zu beginnen mit einem Mega Metacross, mit dem Voltolos, Latios und Pixi. Aus den unteren Tiers habe ich genommen Rabigator, X-Bud, Forstelka, Nachthara, Suicune, Mahomai, Entei und Gastrodon. Es ist jedem erlaubt, nach jedem Spieltag ein Pokémon anzumelden, was ausgetauscht werden darf. Sprich, ich darf also beim zweiten Spieltag anmelden, dass ich ein OU aus meinem Team gegen ein OU austauschen möchte oder halt aus den unteren Tiers. Gut, Start wird sein der 4.9. Dort wird das erste Video hochgeladen von allen Teilnehmern und die Videos sollten jeden Freitag zwischen 12 und 24 Uhr hochgeladen werden. Ja, ich hoffe, ihr drückt mir alle die Daumen, unterstützt mich mit eurem Support und ich hoffe, dass ich für euch gute Kämpfe abliefern kann und mal sehen, was wir erreichen können bei der Liga. Ansonsten war es das auch schon von meiner Seite aus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Euer Moses. Ciao.